O, daß wir unsere Ur-Uranen wären, Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor, Leben und Tod, Befruchten und Gebären, Glitte aus unseren stummen Säften vor. Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel, Vom Wind geformtes und nach unten schwer, Schon ein Libellenkopf, ein Möwenflügel, Wäre zu weit und litte schon zu sehr. O, daß wir unsere Ur-Uranen wären, Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor. Bemerkenswert, wie die Evolutionstheorie nach Darwin zum Ausgangspunkt einer lyrischen Reflexion wird. Unsere Ur-Uranen sind keine Menschen, sondern ein Klümpchen Schleim, womit bestenfalls eine Amöbe oder ein sonstiger Einzeller gemeint sein könnte. Leben und Tod, Befruchten und Gebären, Glitte aus unseren stummen Säften vor. Einzeller Befruchten und Gebären natürlich nicht, sie teilen sich. Diese Zellteilung kann man als den Tod der Ausgangszelle verstehen, der gleichzeitig das Leben der beiden neuen Zellen bedeutet. Das Befruchten und Gebären wäre dann auch nicht wörtlich zu verstehen, sondern als eine Verkürzung der Aussage, das, was für uns Säuger Befruchten und Gebären ist, war damals nur ein Hervorgleiten aus stummen Säften. Ein Algenblatt oder ein Dünenhügel, Vom Wind geformtes und nach unten schwer. Es muss nicht alles ganz logisch sein im Gedicht. Der Dünenhügel ist vom Wind geformt und nach unten schwer, das Algenblatt natürlich nicht. Deswegen ist vielleicht der Doppelpunkt in späteren Fassungen des Gedichtes auch verschwunden. Beiden, dem Dünenhügel und dem Algenblatt, ist aber gemeinsam, dass sie keinen Willen haben, sich also von äußeren Kräften wie dem Wind bewegen lassen. Nach unten schwer sind sie beide, indem sie der Erde und nicht etwa dem Himmel zugetan sind, weit davon entfernt, nach Höherem zu streben. Schon ein Libellenkopf, ein Möwenflügel wäre zu weit und litte schon zu sehr. Alle Entwicklung in Richtung Bewusstsein bedeutet auch eine Entwicklung in Richtung Leiden, das erst durch das Bewusstsein überhaupt möglich ist. Vielen Dank.